Hey Girl, wenn du anspruchsvolle, trockene oder gestresste Haare hast, dann habe ich genau das richtige Shampoo für dich. Das Smoothenshine Macadamia Shampoo, ein sehr, sehr hochwertiges Shampoo mit Inhaltsstoffen wie Macadamiaöl und Jojobaöl. Es pflegt die Haare sehr intensiv und schützt sie vor dem Austrocknen. Außerdem sorgt es für Geschmeidigkeit und Glanz und pflegt die Kopfhaut. Und nun noch zur Anwendung des Smoothenshine Macadamia Shampoos. Ihr nehmt eine kleine Menge in die Hand, verteilt sie schon mal in der Hand und massiert dann eure Kopfhaut damit ein. Ordentlich shamponieren, Kopfmassage gönnen und dann ausspülen. Die Längen braucht ihr gar nicht zu shamponieren, die werden beim Auswaschen sowieso mitgespült. Und noch ein allgemeiner Tipp zum Thema Haare waschen. Hier lautet das Motto, weniger ist mehr. Desto weniger ihr eure Haare wascht, desto gesünder werden sie langfristig. Und wie macht ihr das am besten? Mit Trockenshampoo überbrücken?